So. Oh yeah, I like that shit. Heavy Armour. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmer und ich begrüße euch wieder bei Wolfenstein II. The New Colossus. Jawohl. Und heute geht es wieder voran. Oh Gott. Was denn jetzt? Ah, okay. Jetzt kommen wir wieder hoch. Okay, sehr gut. Ja, und wir sind unter dem Ausmerz. Okay. So. Wir müssen erstmal das Wasser wechseln. Komm schon. So. So. Die Drohne müssen doch mal jetzt langsam den Geist aufgeben. Wow. Es gibt drei Odin-Leitstände auf dem Ausmerzach. Zwei davon steuern die automatischen Verteidigungssysteme. Der Hugen-Leitstand die Backbord-Verteidigung, der Munen-Leitstand die Steuerbord-Verteidigung und schließlich der Odin-Hauptleitstand für das Chef selbst. Verschlang. Wie kommen wir dort hin? In der Mitte des Raumes ist ein Terminal im Boden versteckt, das die Tür zum Hugen-Leitstand öffnet. Gefunden. Ah ja. Die anderen Bereiche des Schiffes sind von ihrem Standort aus schwieriger zu erreichen. Rufen Sie die Lagepläne im Terminal auf und suchen Sie einen Weg an ihr. Oh Mann. Was geht denn? Guck mal mal. William, such den Hugen-Leitstand und deaktiviere die Backbord-Verteidigung. Ich bleib hier und versuch einen Weg durch Schiff. Okay. So. Oh Mann. Kauze. So. So. Sag mal. So. Ist jetzt bald Ruhe hier. Verdammte Scheiße. Du ne Keil, ne Romol. So. Jetzt gucken wir mal. Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Oh. Hier war was angezeigt. Okay. Müssen wir da lang. Ah, mit dem können wir es nicht schaffen. So. Alright. Dann müssen wir hier hoch wahrscheinlich. Andere Seite. Ich glaube es ist egal, wo wir durchkriechen. Es wird auf jeden Fall gespeichert. Das ist schon mal gut. So. All right. Wo sind wir hier gelandet? Aha. So. Es war hier. Es hat 12 kills. So. Session. Okay. Sehr schön. Mal. Hier passt's doch. Ah ja. Okay. Mal. Ich bin hier durch. So. Komm schon. oh man sagt ja wer macht denn da noch lärm ihr seid da ja so gut ist so das holen wir uns naja was gut gemacht will die wachbord verteidigung ist außer betrieb kommt so schnell wie möglich zurück ich glaube ich habe einen weg zu den anderen zielen gefunden okay second So, oh yeah, I like that shit, heavy ammo. Komm schon, oh yeah, oh, da hat sich noch einer versteckt, kein Problem, ist ja überhaupt kein Problem. So, bisschen wieder was einsammeln, weil Munition ist rar gesät. So, gehen wir mal weiter. Ich glaube, wie kommt das alles so bekannt vor? War ich hier nicht schon mal? Wo bist du denn? Bist du hier irgendwo? Komm schon. Jawohl. Erwische einfach den Tank und schon geht's ab ohne Ende. Ah, da ist sie ja. So. Äh. Äh. Ähm. Hä? Also ich muss schon da sein, ne? Ja. Und jetzt? Muss ich das aufschrauben wieder? Nein. Warte mal, ist hier was? Nein. Das ist schon da, ne? Hä? Muss ich hier irgendwas machen? Warte mal. Hier war doch irgendwas. Verstehe ich nicht. Warte mal. Hä? Ich verstehe das nicht. Wo ist denn da noch einer? Wo ist da noch einer? Ah ja. So, jetzt aber rufen. Wo? William, spring in die Transportkapsel auf der anderen Seite. Ah. Ich hab sie umprogrammiert. So kommen wir nach oben. Von dort aus erreichen wir die anderen O den Leitständen. Okay. Okay. Rein mit dir. Festhalten. Oh Mann. Ich liebe dich, William. Ich, ich auch. Oh. Oh nein. Komm schon. Komm schon. Wo? Ich bin hier oben. Oh. Oh Gott, dann geht's dir gut. Können Sie. Zerstören den Grund, mit dem... Oh. Das ist eine große Gruppe. William, auf der anderen Seite ist noch ein Schacht. Von dort aus solltest du den Munin-Leitstand erreichen. Dort musst du die Steuerbordverteidigung deaktivieren. Ich gehe weiter zum OD-Taub-Leitstatt. Zack. Ich glaube, hier unten war keiner mehr, ne? Oh mein Gott. Komm schon. Oh, zwei gleich. Oh, wir haben aus irgendeinem unerfindlichen Grund keine Granaten mehr. So, komm, den brauchen wir mal. Oh, fuck. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Oh, fuck, fuck, fuck. Sehr gut. William, ich nähere mich dem ODIN-Hauptleitstand. Wir treffen uns dort, wenn du die Steuerbordverteidigung deaktiviert hast. So, zack. Okay. Gucken wir mal, wo wir jetzt lang müssen, oder? Nee. Hier geht es nicht mehr weiter. Aber hier vielleicht. Ja. So, erstmal alles wieder einsammeln. Okay, Limit haben wir hier erreicht. Karte haben wir. So, dann gucken wir mal. Ah, hier können wir den ODIN-Code eingeben. Schön schön. So, okay. Schauen wir mal. So, okay. Schauen wir mal. Oh, Mann. Oh, Mann. Hey. So. Oh, oh. Komm. So. So. Da die Steuerbordverteidigung deaktiviert ist, kannst du zurück zur Truppenentsendungshalle und den Roboterentsendungsarm hinaufklettern. Ich bin vom ODIN-Hauptleitstand. Hier ist einiges los. Komm also so schnell wie möglich. Ja, ich bin schon dabei. So. Oh, Mann. Wer schießt denn da noch? So. Oh, Mann. So. Oh, Mann, 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 Mann. So. Oh, fuck it. So. Okay. Jetzt müsste mal wieder Ruhe im Karton sein. Nein, natürlich nicht. Komm. So. Okay. Oh, was denn hier los? Lass mich doch mal in Ruhe. So. Huh. Hurra. Ich will den Weg nach oben finden. Weg nach oben finden. Okay. Ah, da ist was. Ah, okay. Warte, da müssen wir, glaube ich, über den Roboterarm rüber. Ah, okay. So, moment. So, jawohl. Oh, fuck. Oh, fuck. What, yeah. Okay, now. So, jetzt aber. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Yes, baby. Yes, yes, yes. Das muss der Odeen Hauptleitstand sein. Ich komme, Anja. Amjan. 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 So, oh yeah, baby, sehr schön, oh fuck, nein, Okay, so, wir müssen gucken, dass wir hier die Arme erstmal abgeschlossen bekommen, So, der eine Arm ist schon ab, Komm schon, Jawoll, ja, So, komm, So, bam, So, zack, So, ist hier jetzt mal mal Ruhe, Dankeschön, Sollen wir uns die Axt mitnehmen? Ja, Axt geht immer, würde ich behaupten, So, okay, haben wir hier was nützliches? Nö, So, weiter geht's, So, Noch einer oder was? Ah ne, ist nur so ein Doggy, So, 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 Oh man, So, okay, So, okay, So Komm Der ist auch hin So So Jawohl So Zack Oh yeah Wir haben wieder Handgranaten Nice Nice Neusinge So Komm Sehr schön So Müssen wir irgendwas hier handhaben? Nein Wir müssen einfach nur hoch Ja So Dann geht's hier hoch Oh mein Gott Oh mein Gott Was mit Tanja Tanja ist wahrscheinlich hier drin Dann oder was Ah ja Tada So Okay Wo ist sie denn? Oh krass Ja das nützt noch Ja schon mal gar nichts So Oh 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 So, jawohl, ja Willkommen noch von euch Kannst du auch ein bisschen übertreiben, oder? So So, sehr schön Oh, ihr seid glatt, waren mir vorbeigerauscht Komm schon So, Bäm Oh, wer bist denn du? Ich kenne dich ja noch gar nicht Oh, gleich zwei von euch Oh mein Gott, oh mein Gott Oh mein Gott Oh, oh mein Gott Oh mein Gott, oh Gott Komm mal Oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, aber jetzt sterben wir Oder vielleicht auch nicht Ach du Scheiße Okay Den Hammerweg Den Hammerweg Okay Ihr seid einfach Bad Motherfucker Okay Got it, got it, got it, got it, got it Oh, fuck Alter Schwede Ach du Scheiße Die 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 Das Komm Okay Immer schön auf Abstand Man muss ja nichts erzwingen Gewalt erzeugt gegen Gewalt Ich glaube, den haben wir auch jetzt Ja, sehr schön So Oh mein Gott Wer schießt da noch? Wer schießt da noch? Wer will sich noch mit uns anlegen? Anja, wo ist Anja? Wo ist denn Anja? Naja Okay, meine Damen und Herren Ich würde sagen Das werden wir jetzt erst in der Oh, guck mal da Okay So Ja Ganz genau Aber der Untergang Steht erst in der nächsten Episode vor Wenn es dann wieder heißt Wolfenstein 2 The New Colossus Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat Könnt ihr gerne mal ein Like da lassen Könnt irgendwas in die Kommentare schreiben Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen Hoppla Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder Bis dahin macht's gut Ciao, ciao Bye-bye